Ja, liebe Zuschauer, Silvester haben wir ja alle mehr oder weniger gut überstanden. Aber jetzt kommt ja schon der nächste Knaller auf uns zu, nämlich der Karneval. Vier Jungs aus Hamburg-Harburg haben sich dazu was ganz Lustiges einfallen lassen. Wir werden von den vier Jungs bestimmt noch viel hören. Sie sind ganz neu im Fernsehen zum ersten Mal überhaupt zu sehen, hier bei uns in der Schaubude, die Juxfilter-Combo mit. Das ist echt der Wahnsinn. Neulich kam ins Festzelt von unserem Verein, ein Fremder an den Stammtisch und lädt uns alle ein. Alles guckt verwundert nach Runde drei und vier. Der hat zwar reichlich Bargeld, doch was will der Kerl denn hier? Ist doch gar nicht Mitglied in unserem Verein. Macht auch nicht den Eindruck, als will er es jemals sein. Bis zur achten Runde, da machte es kaum Spons. Doch jetzt, jetzt wollen wir feiern. Gib Gas! Das ist echter Wahnsinn. Das halte ich im Kopf, jetzt länger nicht mehr aus. Wir machen hier ne Sause. Und gehen garantiert noch lange nicht nach Haus. Wir gehen noch nicht nach Haus, denn ich geh' doch allen aus. Herr Doktor wird gemütlich und spricht sich auch mal aus. Herr Lehrer ist ganz glücklich mit seiner neuen Maus. Fast alle gehen tanzen, nur Egon wieder nicht. Und Enge geht aufs Ganze, bis Karl zusammenbricht. Der Trommler haut daneben. Der Wirt gibt einen aus. Mal wieder Schweiß gebadet, mal wieder volles Haus. Für Hugo geht's zu Ende, der hält nicht länger durch. Doch wir, wir machen weiter. Gib Gas! Das ist echter Wahnsinn. Das halte ich im Kopf, jetzt länger nicht mehr aus. Wir machen hier ne Sause. Und gehen garantiert noch lange nicht nach Haus. Wir gehen noch nicht nach Haus, denn ich geh' noch allen aus. Und gehen garantiert noch lange nicht nach Haus. Wir gehen noch nicht nach Haus, denn ich geh' noch allen aus. Das ist echter Wahnsinn. Das halte ich im Kopf, jetzt länger nicht mehr aus. Wir machen hier ne Sause. Und gehen garantiert noch lange nicht nach Haus. Wir gehen noch nicht nach Haus, denn ich geh' noch einen aus. Das ist echter Wahnsinn. Das halte ich im Kopf, jetzt länger nicht mehr aus. Wir machen hier ne Sause. Und gehen garantiert noch lange nicht nach Haus. Wir gehen noch nicht nach Haus, denn ich geh' noch allen aus. Das ist echter Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. Vielen Dank.